Am 14. Februar ist nicht nur Valentinstag, sondern vor allem der Tag gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Wir wollen Gerechtigkeit und eine gerechte Welt gibt es nur, wenn endlich Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufhört. Diese Gewalt darf kein Tabuthema sein, sondern wir wollen helfen. Helfen zum Beispiel auch mit unserem Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Hier bekommen alle rund um die Uhr Hilfe. Ich kann nur appellieren, meldet euch, melden Sie sich, wenn es Probleme gibt oder wenn Sie Probleme wissen oder erkennen. Wir wollen gerne helfen und an dieser Stelle ein dickes Dankeschön an alle Frauen und Männer, die helfen in Frauenhäusern, in Interventionsstellen, aber auch zum Beispiel bei Beratungsstellen, Frauen und Mädchen zu unterstützen, die Gewalt erlitten haben, rauszukommen aus der Spirale. Das ist unser Wunsch, eine gewaltfreie Welt für Frauen und Mädchen.